Ist für dich Abnehmen hart und ein ständiger Kampf, aber siehst selbst die gewünschten Ergebnisse einfach nicht auf der Waage? Damit bist du absolut nicht allein. In der Tat machen viele Menschen dieselben Fehler beim Abnehmen, die sie letztendlich daran hindern, ihr Wunschgewicht zu erreichen. Und deswegen schauen wir uns heute in diesem Video 6 Fehler an, die 90% beim Abnehmen machen und wie du sie selbst in Zukunft vermeiden kannst. Und in diesem Video starten wir mit den ersten 3 Fehlern und im zweiten Teil zeige ich dir die anderen 3 Fehler. Also, lass uns loslegen. Hallo, ich begrüße dich zu einem neuen Video. Hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Und zu Beginn möchte ich dir gleich eins sagen. Fehler sind gut. Ich weiß, dass unsere Fehlerkultur in unserer Gesellschaft ein bisschen fragwürdig ist und uns sogar daran hindert, uns weiterzuentwickeln und unsere Ziele zu erreichen. Aber an sich sind diese Fehler gut, wenn wir sie erkennen und daraus lernen. Und genau aus diesem Grund mache ich auch jetzt dieses Video für dich, dass ich dir genau diese 6 Fehler zeige, damit du daraus lernst und es in Zukunft anders machen kannst, damit du dein Wunschgewicht erreichst. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten Fehler rein, den ich sehr, sehr häufig sehe. Und zwar, du willst ganz schnell ganz viel abnehmen. Viele wollen einfach schnelle Ergebnisse sehen und setzen sich dabei sehr hohe Ziele. Also, sie wollen am liebsten 10 Kilo in zwei Wochen verlieren. Das kann ich auch absolut irgendwo nachvollziehen, weil wenn einmal dieser persönliche Schmerzpunkt erreicht ist, also zum Beispiel, dass du nicht mehr in deine Lieblingshose reinpasst oder auch nicht mehr in dein Lieblingskleid reinpasst oder in den Spiegel schaust und du absolut von dir enttäuscht bist und dir überhaupt gar nicht gefällt, was du da siehst. Oder du siehst vielleicht von dir ein Foto und denkst, um Gottes Willen, so sehe ich aus. Da wird dir natürlich der Schmerzpunkt auf einmal sehr bewusst und du denkst, okay, ich muss jetzt sofort was ändern, was einfach darin resultiert, dass du radikal handelst, indem du deine Ernährung stark einschränkst und von jetzt auf gleich einfach alles umkrempelst. Die Folge ist, du hältst das ganze Radikale vielleicht so 3-4 Wochen durch. Es ist super anstrengend, es ist super schwer und letztendlich auch frustrierend. Weil du die 10 Kilo nicht in diesen 2 Wochen verloren hast, stellst dann alles wieder in Frage und hier ist es ganz wichtig für dich erstmal zu verstehen, das was du über Jahre zugenommen hast, also gerade der Zunahmeprozess, das ist ja nichts von jetzt auf gleich. Also du nimmst ja auch nicht in 2 Wochen 10 Kilo zu. Es ist ja eher so, dass immer wieder mal da 300 Gramm mehr, dann hier 300 Gramm mehr, dann hier mal 500 Gramm mehr, das ist ja ein sehr, sehr schleichender Prozess. Und deswegen merken wir es gar nicht so schnell. Und deswegen ist es hier wichtig zu verstehen, dass dieser schleichende Prozess, wie du zugenommen hast, nicht innerhalb von 2-4 Wochen komplett umkehrbar ist. Es braucht eine gewisse nachhaltige Umstellung. Das ist ganz, ganz wichtig und ja, was ich dir auch sagen kann, wenn du über 10 Jahre 15-20 Kilo zugenommen hast, dann braucht es keine 10 Jahre, um die wieder loszuwerden. Das geht innerhalb von teilweise so 10 Monaten. Wenn du es für dich vernünftig machst, nachhaltig machst und gerade wenn du den Weg halt einfach auch nur einmal noch gehen willst, ist es wirklich sinnvoll, die Ernährung nach und nach umzustellen und hier moderat abzunehmen. Also das heißt so 0,5 bis 1 Kilo pro Woche abzunehmen und dann kann man sich das ja auch ein bisschen runterrechnen. Also auch bei mir im Coaching habe ich das schon sehr oft erlebt, dass Leute innerhalb von 3 Monaten 10 Kilo abnehmen und das komplett nachhaltig und so, dass sie es auch danach halten können. Und dann komme ich auch schon zum zweiten Fehler, den 90% aller Menschen machen, wenn sie abnehmen wollen. Das ist, du isst zu wenig Kalorien. Das knüpft so ein bisschen an den ersten Fehler an. Man will irgendwo schnell abnehmen und man denkt irgendwo, ja viel hilft viel und je weniger ich esse, umso schneller müsste ich ja abnehmen. Also werden hier irgendwo irgendwelche Crash-Diäten gemacht oder sehr hohe Kaloriendefizite gefahren teilweise, dass man sogar unter seinem Grundumsatz liegt und ein Kaloriendefizit von über 1000 Kalorien am Tag hat. Klar, anfangs verlierst du erstmal noch Gewicht. Das ist aber überwiegend Wasser, was du da erstmal verlierst, weil sich deine ganzen Kohlenhydratspeicher leeren. Kohlenhydrate speichern Wasser und demzufolge, wenn sich die Kohlenhydratspeicher leeren, verlierst du natürlich auch das Wasser. Also das, was du da siehst auf der Waage, die ersten Resultate von einer Crash-Diät, das ist meistens erstmal ein Wasserverlust, aber kein Fettverlust. Was nämlich genau danach passiert ist, dass es dann stagniert. Und die häufigste Reaktion ist dann, ah ok, es stagniert, ich muss ja irgendwie dann noch weniger essen. Und so kommst du immer mehr in diesen Hungermodus. Das heißt, dein Körper geht in einen Überlebensmodus. Du isst immer weniger, immer weniger, verzichtest auf immer mehr. Dein Stoffwechsel passt sich letztendlich an. Er verlangsamt sich, um Energie zu sparen, weil dein Körper natürlich auch merkt, hey, es kommt ja gar nicht so viel Energie in Form von Lebensmitteln rein, wie ich eigentlich bräuchte. Also mache ich mal meine inneren Prozesse sehr effizient, damit ich am Ende einfach überlebe. Und eine weitere Gefahr, die hier oft vernachlässigt wird, ist eine gewisse Mangelernährung. Klar, auf der einen Seite hast du die Kalorien, aber Kalorien enthalten ja Nährstoffe. Und wenn du weniger Kalorien aufnimmst, nimmst du dementsprechend auch weniger wichtige Nährstoffe auf, die dein Körper braucht und du kommst so viel schneller in eine Mangelernährung. Und das geht auch dann in die Richtung Magersucht. Du hast immer weniger Energie im Alltag, du bewegst dich immer weniger, weil natürlich dein Körper Energie sparen will. Und alles, was zusätzlich Kalorien verbrennt, also die Aktivität im Alltag, das wird runtergefahren, indem dein Körper dir das Signal gibt, dass du müde und abgeschlagen bist, dass du schlechte Laune hast, dass du depressiv wirst und so am liebsten nur noch auf der Couch oder im Bett liegst, um Energie zu sparen. Das sind die Schutzmechanismen deines Körpers. Sinnvoll ist es hier einfach ein moderates Defizit einzubauen. Also im ersten Schritt erstmal zu sehen, hey, wie viele Kalorien brauche ich eigentlich am Tag? Was ist mein Tageskalorienumsatz? Den kann man sich heutzutage im Internet so einigermaßen gut berechnen lassen. Ich mache das natürlich im Coaching als allererstes mit, nachdem ich mir das Ernährungsprotokoll angeschaut habe, um einfach zu sehen, wie viele Kalorien verbrauchst du denn am Tag? Weil das ist die Basis, um daran dann ein moderates Kaloriendefizit anzusetzen von so knapp 300 bis 500 Kalorien. Also auch hier bedeutet, wenn du als Frau zum Beispiel so knapp 2200 Kalorien am Tag verbrennst, okay, das ist die erste wichtige Information, dann können wir das Kaloriendefizit ansetzen zwischen 300 bis 500 Kalorien. Also können wir hier runtergehen auf 1700 oder 1800 Kalorien oder vielleicht erstmal 1900 Kalorien. Und dann ist es wichtig, diese Kalorien mit den wichtigen Nährstoffen zu füllen. Also genug Eiweiß aufzunehmen, damit deine Muskulatur natürlich auch geschützt wird. Wenn du natürlich noch zusätzlich Training machst, ist es super, weil dann kannst du wirklich es gut kombinieren, abzunehmen und einen straffen Körper zu bekommen, genug Kohlenhydrate auch aufzunehmen für die Energie im Alltag und natürlich auch genug Fette aufzunehmen, damit letztendlich dein Hormonhaushalt vernünftig funktioniert, dein Stoffwechsel gut funktioniert, du genug Vitamine und Mineralstoffe aufnimmst. Dadurch hast du letztendlich viel mehr Leistungsfähigkeit im Alltag, bist besser gelaunt und fühlst dich viel, viel wohl an deiner Haut. Und dadurch, dass du aktiver bist im Alltag, verbrauchst du auch mehr Kalorien im Alltag. Dein Stoffwechsel arbeitet dadurch viel, viel besser und ist auf Hochtouren und du bist nicht immer in diesem Hungermodus und dein Körper merkt, hey, hier ist alles safe, ich kriege genug Energie rein, ich bin aktiv und dann gibt der Körper auch sehr gerne auch überschüssiges Fett wieder ab. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Fehler, den ich sehr, sehr häufig sehe in diesem Video. Und zwar, du achtest nicht auf dein Stressmanagement. Es ist absolut verständlich, dass wenn man abnehmen will, sich sehr stark auf die Ernährung und die Bewegung fokussiert wird, weil man denkt, okay, das ist die Ursache. Das ist die Ursache, warum ich ein paar Kilo zu viel habe, also muss ich genau daran arbeiten. Dabei wird aber dein Stressmanagement und dein innerer Stress oft gar nicht gesehen, der aber einen sehr großen Einfluss hat, denn Stress ist in unserer heutigen Zeit sehr präsent. Wir haben einerseits innere Stressauslöser, zum Beispiel volle To-Do-Listen, wo man sagt, ich muss das und das und das und das machen. Am Ende des Tages hast du vielleicht noch sechs Sachen auf der Liste und machst dir dann wieder Vorwürfe, warum du es nicht geschafft hast. Und so kommt immer mehr oben drauf. Und dann teilweise auch den Druck, den du dir selber im Alltag machst, die Erwartungen an dich selbst, die Erwartungen von deiner Arbeit, deiner Familie, dass du vielleicht Angst hast, Fehler zu machen oder du hast vielleicht auch Angst, es nicht allem gerecht zu machen. Dann hast du vielleicht noch einen gewissen Perfektionismus. Und obendrauf kommen auch noch äußere Stressauslöser, zum Beispiel der Straßenverkehr, der Morgenverkehr, der Feierabendverkehr, dann vielleicht noch finanzielle Schwierigkeiten, Krankheiten, Schmerzen, dann die Nachrichten, die wir jeden Tag bekommen, also die sind ja überwiegend negativ. Und das schüttet bei dir natürlich permanent Cortisol aus, weil du bist dadurch, durch diese ganzen Stressoren, immer Stress ausgesetzt, schüttest Cortisol aus. Und das führt letztendlich dazu, dass dein Fettabbau gehemmt wird und es fördert sogar noch die Gewichtszunahme. Und du kannst alles in der Ernährung richtig machen. Ja, alles das, was ich vorher angesprochen habe, das kannst du bereits schon richtig machen. Du kannst einen aktiven Alltag haben, du kannst super auf deine Ernährung achten, dich bereits gesund und ausgewogen ernähren. Du bist aber innerlich permanent gestresst und innerlich sehr, sehr unruhig. Und das kann letztendlich deinen Abnehmerfolg wirklich hemmen, was die meisten gar nicht wissen, welchen großen Einfluss das auf dein Wunschgewicht und deinen Abnehmprozess hat. Und deswegen ist es hier wichtig, genau das zu erkennen und die Verbindung dahinter zu sehen, hey, woher kommt gerade dieser Stress? Warum bin ich innerlich so unruhig? Und das sind in den meisten Fällen natürlich, wie gesagt, die inneren, die äußeren Stressoren, aber auch bei dir innerlich deine Gedanken. Deine Gedanken lösen in dir Stress aus. Ängstliche Gedanken lösen in dir Angst aus und Angst löst wieder Stress aus. Ja, wenn du wieder Gedanken hast in die Zukunft, wenn du abends im Bett liegst und grübelst, okay, wie mache ich das und wie gehe ich das an und hoffentlich funktioniert das, das löst in dir Angst aus und du bist gestresst. Und hier ist es wichtig, sich selber immer besser kennenzulernen. So, okay, was sind meine inneren Stressoren? Warum denke ich das, was ich denke? Warum habe ich permanent so viel Angst? Warum zweifle ich so oft? Warum bin ich so unsicher? Warum kann ich mir selbst einfach nicht vertrauen? Warum mache ich mir selbst eigentlich so viel Druck? Und warum habe ich ein Problem, damit Fehler zu machen? Und das ist super wichtig, dass du auch hier dich selber kennenlernst. Und das wird in den meisten Fällen, wenn es ums Abnehmen geht, gar nicht erst erwähnt, ist aber super, super wichtig, weil es ist sehr frustrierend, wenn du in der Ernährung bereits schon auf alles achtest, wenn du dich viel bewegst, du steckst ganz viel Energie und Zeit rein, aber dann siehst du die ein oder anderen Hebel doch nicht, weil du sie gar nicht wissen kannst, weil du die Verbindung gar nicht hast. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Stress. Und das erzählen dir wirklich die wenigsten. Und dafür braucht es auch meistens externe Hilfe, weil wir alleine können das nicht sehen. Wir alleine sehen sehr, sehr selten, wo mache ich mir denn selbst Druck? Weil für dich ist es ja vollkommen normal, dass du dir in den und dem Bereichen Druck machst und du kannst es dir auch sogar noch selbst erklären. Aber sobald jemand von außen drauf gucken kann und dir neue Impulse und auch Blickwinkel mitgibt, dann kannst du die Sachen hinterfragen und dann kannst du dich selber viel, viel besser verstehen, was dazu führt, dass du innerlich viel ruhiger wirst, dir ein bisschen mehr Druck wegnehmen kannst, dir mehr erlauben kannst, dir vielleicht auch Zeit für dich zu nehmen, dich selbst auch zu hinterfragen, hey, okay, warum will ich es eigentlich immer allen recht machen? Wo kommt das eigentlich her? Und die meisten Sachen liegen hier in der Kindheit und die sind tief vergraben in unserem Unterbewusstsein. Deswegen ist es hier wichtig, dass jemand auch von außen einfach mal drauf gucken kann, damit du es auflösen kannst, damit du weniger Stress hast, innerlich ruhig wirst und dann alles in Hand in Hand funktioniert. Und dann hoffe ich, dass ich mit diesen drei ersten Fehlern, die 90% aller Menschen machen, schon mal weitergeholfen habe und dass du vielleicht von den drei Fehlern den einen oder anderen schon bei dir erkannt hast. Und hier schon Anpassungen für dich vornehmen kannst. Und dann geht es für uns im zweiten Teil weiter mit den nächsten drei Fehlern. Und glaub mir, es wird sich lohnen, die auf jeden Fall anzugucken, weil da denke ich auch nochmal was auf, was meistens sehr, sehr oft vernachlässigt wird. Also wenn dich das interessiert, dann klick hier oben gerne auf den zweiten Teil, wenn er denn online ist. Und hier oben hast du auch nochmal ein Video genau zum Stress, also was Stress mit deiner Figur macht. Dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast für dich, dass du mir zugehört hast und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!